Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Ich bin Gerda und ich singe in der Evangelischen Singschule in Weimar im Jugendchor. Wir singen hier oft im Gottesdienst oder in Konzerten in der wunderschönen Herderkirche und nun wollen wir mit euch zusammen das Lied Es kommt ein Schiff geladen singen. Es kommt ein Schiff geladen bis an dein Wüstenbord. Trägt Gottes um Verjahre, das hat das Ewigstort. Das Schiff geht still im Triebe, es fällt ein neuer Los. Das Segen ist die Liebe, der Heilig Geist ermaßt. Der Anker haft auf der Erde, da ist das Stück am Land. Das Wort im Fleisch und Tränen, der Ton ist uns gesandt. Es kommt, es kommt, es kommt ein Schiff. Es kommt, es kommt, es kommt ein Schiff. Der Tenesbord ist das Hue. Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Vielen Dank.